So meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video, danke fürs Einschaden, herzlich willkommen, legen direkt los und ja, wir bekommen eine Notbremse. Das Ganze ist von der Regierung jetzt beschlossen worden. Das Ganze muss natürlich noch vom Bundestag und dann auch vom Bundesrat mit allerdings einer Zweidrittel, nicht 50 Prozent, sondern Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Aber um unsere geliebte Gottkanzlerin zu zitieren, heißt es hier, Merkel habe jedoch keine Zweifel, dass diese Mehrheit nicht erreicht wird. So schreibt es der Fokus. Ja, davon gehe ich auch aus, wenn man sich die aktuellen Informationen und auch bei Twitter und auch andere Wortmeldungen von Abgeordneten im Bundestag anguckt. CDU, CSU, genauso wie SPD, komplett auf Linie, Linie Merkel, vielleicht der eine oder andere kleine Abweichler. Der eine oder andere wird vielleicht nicht abgeben, die Stimme, wird auf dem Klo rumhängen, also den Klo-Deal praktizieren, wie es Ramelow genannt hat. Oder aber die Grünen werden meiner Meinung nach mindestens zu 70 Prozent dafür stimmen, wenn nicht sogar 100 Prozent. Bei der FDP, da sieht es ein bisschen kritisch aus. Einige sind schon dafür, so habe ich die Wahrnehmung, einige dann auch dagegen. Aber wenn da eine Änderung, hier und da eine Anpassung kommt, wird das Ganze durchgewunken, gehe ich auch von aus. Und die einzigen beiden Oppositionsparteien, die zu 100 Prozent meiner Meinung nach dagegen stimmen werden, ist die AfD und das sind die Linken. Die beiden Oppositionsparteien werden das tun, davon bin ich überzeugt. Ja, wie sieht das Ganze im Detail aus? Im Detail sieht das aus, wir dürfen ab 21 Uhr, Ausgangssperre bei einer Inzidenz von 100 und weiteres, dürfen wir dann nicht mehr raus. Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr morgens, verstehe ich nicht so ganz, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil haben wir jetzt einen Lockdown im Lockdown des Lockdowns, des gelockdaunten Lockdowns. Anders kann man es doch nicht mehr ausdrücken, Leute, wir befinden uns jetzt seit über 5 Monaten im Lockdown, seit November und bekommen immer wieder PRP-Salami-Taktik scheibchenweise eine Verlängerung, nochmal 2-3 Wochen Pobacken zusammenkneifen oder auch alle 2-3 Wochen kommt wieder eine neue Verschärfung, dies und jenes müsste ja jetzt noch schlimmer werden, Ausgangsbeschränkungen hier beispielsweise, die nachweislich keinen Effekt haben. Die nachweislich keinen Effekt haben, weil man muss doch überlegen, was passiert denn dadurch? Wenn ich abends joggen gehe, was hat das denn für einen Vorteil, wenn ich das dann ab 21 Uhr, wenn das Ding jetzt durchgewunken wird, nicht mehr darf? Erklär mir das doch mal einer, ich verstehe es nicht, ich würde es ja gerne kontrollieren. Im Gegenteil noch, es wird ja das Gegenteilige dadurch passieren. Die Leute werden sich, davon bin ich überzeugt, treffen vor 21 Uhr und werden alle noch gemeinsam mehr in den Buden zusammen rumhängen. Ja klar, natürlich, das ist eine Verlagerung von draußen bei dem guten Wetter, wo die Leute doch mal Luft schnappen sollten, was auch gesund ist, einen Spaziergang zu machen, Joggen zu gehen, überhaupt ein bisschen körperliche Ertüchtigung zu machen, wird das alles nach innen verlagert. Weil die, die sich treffen wollen, die treffen sich sowieso. Das wird nicht zu verhindern sein. Also ich frage hier ganz klar nach dem Sinn, nach der Logik und auch der Rationalität, die ich nicht sehe. Aber vielleicht sollte man darüber sprechen, wir brauchen eine Notbremse, definitiv. Eigentlich gebe ich hier recht, wir brauchen eine Notbremse. Jemand sollte Frau Merkel mal bremsen. Jemand sollte der Frau Merkel mal erklären, dass wir hier nicht mehr in der DDR sind, sondern dass wir hier in Deutschland sind und dass hier ein Grundgesetz gilt und dass man dieses nicht einfach nach gut dünken, wenn man als Bundeskanzler es nicht hinbekommt, Einigungen zu finden mit 16 Bundesländern, dass man dann nicht hingehen kann und die Rahmenbedingungen ändert, heißt das Mitspracherecht, der 16 Ministerpräsidenten komplett streicht, sondern es so macht, dass man es dann selber entscheidet, dass man das nicht macht, sondern dass man sie austauscht. Eine Bremse für Frau Merkel, dass dort jemand hinkommt, der vermitteln kann, der auch vermitteln möchte, das ist ja der ganz wichtige Punkt, denn egal was diese Frau anfasst, egal was sie sagt, egal was sie für Ideen oder sonstige Sachen hat, es ist ja alternativlos bei dieser Frau. Und Zitat, ich bin mir ganz bewusst, dass das harte Einschränkungen sind. Also ich bezweifle immer noch, dass die Frau Merkel so hart getroffen ist von diesen Einschränkungen, von denen sie spricht, wie der normale Bürger. Das sehe ich nicht so. Die Notbremse ist dann nicht mehr Auslegungssache, wenn das Ganze jetzt kommt, sondern sie greift automatisch. Und jetzt kommt die Argumentation schlechthin. Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt, ist dann vorbei. Soll das jetzt ein Vorteil sein für den Bürger? Soll das jetzt toll sein, dass ich weiß, ich darf hier genauso wenig wie in dem Nachbarlandkreis oder Ort? Also wo ist denn hier die Begründung, die nachvollziehbare, wissenschaftlich belegbare Begründung, so etwas zu machen? Aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja noch weitere Einschränkungen, die der Paragraf 28b im Gesetz dann regelt. Zitat hier von der Bild. Private Zusammenkünfte in öffentlichen oder privaten Räumen sind nur gestattet, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person einschließlich dazu gehörender Kinder bis zur Veränderung des 14. Lebensjahr teilnehmen. Jetzt stellt euch mal vor, eine Familie hat drei Kinder. Alle drei Kinder studieren. So, und ich war selber mal eine Zeit lang Student und ich weiß das, als Student wohnst du in der Regel unter der Woche im Studentenwohnheim oder sonst wo, was vielleicht eine kleine Wohnung ähnlich ist. Das heißt, du bist irgendwo anders gemeldet als im Haushalt deiner Eltern. Du bist aber zu Studentenzeiten in der Regel noch sehr, sehr stark an deine Eltern und in den Haushalt und so weiter gebunden. Machst das über ein paar Jahre, dein Studium und dann ziehst du vielleicht nochmal zurück, bis du was eigenes gefunden hast und so und so. Gibt es ja unterschiedliche Konstellationen. Wir nehmen dieses Beispiel, weil es wirklich exemplarisch dafür ist, dass es realitätsfern ist der Umsetzung. Familie mit drei Kindern, Erwachsene. Die Erwachsenen sind gemeldet in Berlin. Nehmen wir Berlin. Die drei Kinder, alle an unterschiedlichen Standorten gemeldet, ist jetzt egal, in München, von mir aus in Köln, in Hamburg, wollen am Wochenende nach Hause. Ich sage bewusst nach Hause, weil das noch ihr Zuhause ist. Das ist von mir aus der Zweitwohnsitze ähnliches. Das wäre illegal. Das wäre tatsächlich illegal, Leute. Das muss man sich mal reinziehen, was hier passiert, was hier abgeht. Und da gibt es eine Dutzende Beispiele für, wie das Familien komplett zerreißt. Das kann doch nicht sein. Das ist doch eine Unverschämtheit. Bei Todesfällen sollen bis zu 15 Personen zusammenkommen dürfen. Weiterhin, nächster Punkt, zudem dürften die meisten Läden und die Freizeit- und Kultureinrichtungen, sowie Gastronomie, nicht öffnen. Genau, ausgenommen werden sollen der Lebensmittelhandel, Getränkemarkt und alles. Das haben wir jetzt mittlerweile schon häufig gehört. Der Vollständigkeit herber gehe ich nochmal auf die einzelnen Geschäfte ein. Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräte, Akustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Getränkemärkte. Aber beispielsweise meine Lieblingspizzeria, die darf es nicht. Zum Beispiel der Baumarkt darf es nicht. Nur ein Gartenmarkt darf aufhaben. Auch so eine Sache. Blumen kaufen gut. Die, wie heißt das, den Spaten kaufen für die Blumen nicht gut, solche Aktionen. Oder ich darf mir kaufen, nehmen wir hier zum Beispiel, eine Brille darf ich mir holen, eine Sonnenbrille, keine mit Dioptrien. Aber ich darf nicht ins Geschäft gehen, mir einen schönen neuen Pullover kaufen. Okay. Die Ausübung von Sport soll nur in Form von kontaktloser Ausübung von Individualstort erlaubt sein. So sollen allein zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden dürfen. Sie sollen, hieß das. Ausnahmen gibt es auch weiter für den Wettkampf- und Trainingsbereich. Da ist das Ganze dann wieder in Ordnung. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sollen untersagt sein. Sprich, wenn ich jetzt eine geschäftliche Reise Ende des Monats habe, ich wahrscheinlich eine nach Baden-Württemberg habe. Die ist dann okay. Da passiert dann nichts. Aber wenn ich jetzt einfach mal eine Auszeit brauche und möchte nach Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte zum Beispiel fahren, wo es sehr schön ist, das geht dann nicht. Geöffnet werden dürfen Speisesäle in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen, gastronomische Angebote in Beherrbungsbetrieben, die ausschließlich der Bewirtung zulässig beherbergt der Personen dienen. Diese Formulierung auch wieder. Angebote für obdachlose Menschen, die Bewirtung und so weiter und so fort. Öffentlichkeit, die Nachtleute, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr hören. Und hier muss ich ganz klar sagen, ich werde mich nicht an eine Ausgangssperre halten. Ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Dann werde ich der Polizei gerne sagen, ich habe einen triftigen Grund. Und das ist mein triftiger Grund. Ganz einfach. Weil es kann doch nicht sein, dass mein Leben jetzt noch mehr eingeschränkt wird, als es schon eingeschränkt wurde über die letzten Monate hinweg. Ich mich an zahlreiche Sachen gehalten habe und dann gesagt wird, Nö, reicht nicht, mach noch mehr, noch mehr Einschränkungen. Also was hier passiert, es muss dieser Frau endlich Einhalt geboten werden, um es mit meinen Worten von gerade zu formulieren. Eine Notbremse für Frau Merkel, die wünsche ich mir an dieser Stelle. Ich finde es einfach nur krass. Dann ganz, wie soll man es sagen, krasser Artikel, wirklich ganz krass. Zitat von der Welt, Drosten und die Leugner. Christian Drosten hat in einem Rundumschlag ausgeholt und Kollegen, die seine Lockdown-Position nicht teilen, als Wissenschaftsleugner und Pseudo-Experten beschimpft. In vielem ähnelt seine Kritik dem, was er selbst kritisiert. So schreibt hier der Autor. Und das ist wirklich tatsächlich absoluter Wahnsinn, was der Herr Drosten sich rausnimmt und behauptet, seine oder so darstellt, dass seine Meinung, das einzig Wahre, das Richtige ist, das ist die Religion, die wir jetzt alle hier haben müssen. Alle anderen Götter sind schlecht, alle anderen Meinungen zählen nicht. Also sorry, aber das habe ich in meiner Erziehung anders wahrgenommen und genossen, dass man andere Meinungen akzeptieren soll, dass man andere Meinungen respektieren soll und dass man auch auf andere Meinungen eingeht und versucht, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Aber solch etwas, was hier gerade wieder passiert, finde ich einfach nur erschreckend. Aber das spiegelt ja das wieder, was wir in der Bundesregierung schon sehen. Zahlreiche Kritiker aus der Wissenschaft äußern sich ja. Aerosol-Experten habe ich gestern von gesprochen. Innenraum kann man darüber diskutieren. Außen totaler Schwachsinn, meine Worte. Zahlreiche Experten von wirklich angesehenen Universitäten, Harvard, Oxford, Stanford, wie sie alle heißen, äußern sich sehr kritisch über Maßnahmen, über Vorgehensweisen, Lockdown etc. Das ist jetzt alles Quatsch. Aber ich glaube, der Herr Drosten ist da auf einer Linie mit der Frau Merkel. Das ist, seine Meinung ist genauso alternativlos wie die Maßnahmen, die Frau Merkel hier durchführt. Anders kann man es doch nicht mehr bezeichnen. Und wenn man das jetzt auch auf die Klimathematik überträgt, sieht man selber. Wissenschaftler, die dort Äußerungen getroffen haben, bekommen ja keine wirklich öffentliche, faire Plattform. Nein, da passiert direkt eine ganz schnelle Diffamierung, Leugner und sonst was. Also ich finde das schon krass. Und man sollte hier an der Stelle auch nochmal erinnern, daran, was mit der Schweinegrippe 2009 unter Herrn Drosten abgelaufen ist. Also so ganz richtig hätte man damals ja auch nicht gelegen. Aber das gerät ja auch irgendwie in Vergessenheit, habe ich das Gefühl. Da spricht ja auch irgendwie jetzt aktuell gar keiner drüber. Dass er dann aber einer der beratenden oder führenden Beratungen, ja, beratenden Professoren für die Bundesregierung ist. Aber gut, die suchen sich die ja selber aus. Und dann ist es ja klar, dass sie eher so jemanden nehmen, als jemanden, der eine kritischere Meinung hat. Und das ist das grundlegende Problem. Ja, Leute. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich hatte noch eine Umfrage gemacht. Das ist ganz wichtig. Im Community-Tab habe ich mir eine Umfrage gemacht. Verlinkt sie euch auch unterhalb. Die Bundesregierung hat heute die bundesweite Notbremse beschlossen. Wird die Gesetzesänderung im Bundestag oder Bundesrat gekippt oder durchgewunken? Und da könnt ihr gerne bei dieser Umfrage nochmal mitmachen. Aktueller Stand ist Bundestag und Bundesrat winken es durch zu 86%. Merkel gewinnt erneut. Und bedenkt mal einfach, Merkel hat wirklich immer noch die Hosen an. Ich habe sie schon oft, ja, klein geredet, sage ich jetzt mal dazu an dieser Stelle hier. Aber im Endeffekt hat sie uns alle mehrfach eines Besseren bewiesen. Belehrt. So ist es richtig. Denn jetzt bekommt sie auch das, was sie schon vor drei, vier Wochen gefordert hat. Ausgangssperre für ganz Deutschland. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Frau hat es einfach drauf. Mit diesen Maßnahmen, allem drum und dran, hat sie es drauf. Das muss man ihr lassen. Schreibt eure Meinung unten rein. Ich bin raus. Bis zum nächsten. Danke fürs Zuschauen und ciao. Danke fürs Zuschauen.